Portugal, Österreich, die Ungarn und Island. Das sind die vier Mannschaften, die der Gruppe F zugelost worden sind. Und diese Gruppe schauen wir uns jetzt mal an. Wir beginnen mit Island. Island ist von allen vier Mannschaften dasjenige mit dem schlechtesten Ranglistenplatz, Platz 27. Es ist zugleich das große Debüt für Island. Bei Europameisterschaften noch nie war man dabei gewesen. Jetzt hat man es geschafft. Und man muss sagen, sie haben eine sehr starke Qualifikationsgruppe gehabt. In Gruppe A waren Tschechien, die Türkei, die Niederlande und dann noch Kasachstan und Lettland. Und man hat es auf den zweiten Rang geschafft und damit auch letztendlich das direkte EM-Ticket gelöst. Sechs Siege sprangen raus, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Und wenn man mal schaut gegen die Top 4 in dieser Gruppe, also Island selbst als zweit muss man rausnehmen, also die drei anderen Mannschaften, die oben positioniert waren, hat man gute Spiele absolviert. Gegen Tschechien 2 zu 1 zu Hause, 1 zu 2 auswärts. Gegen die Türkei 3 zu 0 daheim, 0 zu 1 auswärts. Und gegen die Niederlande 2 zu 0 daheim und 1 zu 0 auswärts. Das zeigt, eigentlich war kein Gegner so groß, dass man ihn nicht schlagen konnte. Die Niederlande hat man zweimal geschlagen, die Türkei hat man einmal geschlagen, die Tschechen hat man einmal geschlagen. Und deswegen ist da durchaus auch Potenzial bei den Isländern. Und alles, was jetzt bei der EM kommt, ist ja im Grunde die Zugabe zu dieser Klasse Qualifikation. Schauen wir mal auf den Kader, der wahrscheinlich größtenteils eher unbekannt ist, außer man ist Fan der isländischen Nationalmannschaft. Den einen oder auch den anderen könnte man vielleicht schon mal gehört haben. Vor allen Dingen Finnburger Sonn dürfte bekannt sein vom FC Augsburg. Vielleicht auch noch Böttwasson von Kaiserslautern. Das sind die beiden einzigen, die in Deutschland spielen. Und dann gibt es noch vier Isländer, die zumindest in ersten Ligen in Europa spielen. Das ist Ragnar Sigurdsson. Dann Jena spielt bei FK Kasnodar, könnte vielleicht dem einen oder anderen über den Weg gelaufen sein in der Europa League. Dann Bjarna Sonn spielt beim FC Basel und Kolbein Sigurdsson in Nantes. Ansonsten noch Halfritsson bei Udine Secalcio, hatte aber mit Udine natürlich in Italien eine schwere Saison zu überstehen. Ja, mal schauen, was dieser Kader erreichen kann. In der Qualifikation haben sie ja schon überrascht, vielleicht überraschen sie ja auch bei der Europameisterschaft. Die Ungarn, 20. nach Listenplatz, zwei bisherige EM-Teilnahmen, aber diese liegen schon sehr, sehr lange her. 1964 wurde man Dritter, 1972 Vierter und danach hatte man sich nicht mehr für die Endrunde qualifizieren können. Jetzt hat man es geschafft, es war eine Qualifikation über den Umweg Playoffs, aber man hat es letztendlich geschafft, man hatte es in Gruppe F auf den dritten Rang geschafft mit vier Siegen, vier Unentschieden und zwei Niederlagen. In dieser Gruppe waren Nordirland, Rumänien, Finnland, die Faröer-Inseln und Griechenland. Und schauen wir mal kurz auf die Ergebnisse gegen Nordirland. Ein 1 zu 1 auswärts, ein 1 zu 2 zu Hause, gegen Rumänien ein 0 zu 0 zu Hause, ein 1 zu 1 auswärts. Also nicht unbedingt die berauschendsten Ergebnisse gegen die beiden Teams davor. Und man hat auch noch 3 zu 4 gegen Griechenland verloren. Die Griechen wurden ja Letzter in dieser Gruppe. Also für die Ungarn so ein Wechselbad der Gefühle, aber man hat es eben geschafft. Die Playoffs gegen Norwegen hat man überstanden. 1 zu 0 im Hinspiel, 2 zu 1 im Rückspiel. Das macht 3 zu 1 in der Gesamtabrechnung und so ist man jetzt dabei. Klar, man geht nicht als Favorit in diese Gruppe, aber eben der Modus macht es möglich, dass die Ungarn trotzdem eine mathematisch ganz gute Chance haben, weiterzukommen. Selbst ein guter dritter Rang könnte ja dafür genügen. Allerdings muss man sich durchsetzen gegen beispielsweise die Isländer, die sicherlich motiviert sind. Aber schauen wir mal auf den Kader der Ungarn. Und wir sehen, Gabor Kiray immer noch dabei, kennt man vielleicht noch seiner Zeit bei 1860 München. Ansonsten, ja, Gulaxi bei Leipzig, also dürfte hier bekannt sein vom Aufsteiger RB Leipzig. Sultan Stieber dürfte von seinen Stationen in Deutschland bekannt sein. Zurzeit ist er beim 1. FC Nürnberg. Dann haben wir noch Kleinheißler, Laszlo Kleinheißler von Werder Bremen. Und Adam Sorloy vom Absteiger Hannover 96, dürfte aber auch noch von seiner Schalker Zeit bekannt sein. Mal sehen also, was die Ungarn erreichen werden. Schauen wir jetzt mal auf Österreich, die zumindest mit einer super Vorrunden, also super Qualifikationsbilanz anreisen und auch motiviert sind. Das muss man sagen, die Österreicher haben eine sehr gute Qualifikation gespielt in Gruppe G. Man hat diese Gruppe gewonnen. Neun Siege, ein Unentschieden und gar keine Niederlage. Und man hatte es durchaus mit schwereren Gegnern zu tun wie Russland und Schweden. Trotzdem nichts verloren. Gegen Montenegro hat man noch gespielt, gegen Lichtenstein und Moldawien. Schauen wir mal auf die Ergebnisse. Gegen Russland gab es zweimal ein 1 zu 0 Sieg. Gegen Schweden das eine Unentschieden zu Hause, aber dafür auswärts ein 4 zu 1 Sieg. Das zeigt, die Österreicher sind in einer guten Verfassung, haben eine starke Mannschaft und ihnen ist es zuzutrauen, zu überraschen. Bisher reichte es nur zu einer einzigen EM-Teilnahme und diese hatte man 2008 erreicht als Gastgeber. Das heißt, es ist das allererste Mal, dass die Österreicher sich auf dem Wege der Qualifikation für die Endrunde qualifiziert haben. Also im Grunde ist das auch eine Art Debüt, zumindest auf diesem Weg zur EM zu kommen. 2008 endete dieses Abenteuer Europameisterschaft schon in der Gruppenphase. Man ist auf Ranglisten, Platz 11. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass die Österreicher eine starke Mannschaft haben. Und wenn wir auf die Mannschaft schauen, dann haben wir eine Vielzahl von Spielern aus der Bundesliga. Gehen wir sie mal durch. Fangen wir mal an bei Lindner. Heinz Lindner spielt bei Eintracht Frankfurt, ist zwar nicht Stammkeeper, aber ist immerhin in der Bundesliga unter Vertrag. Ramazan Özcan von Ingolstadt ist dagegen Stammkeeper. Wir haben dann Georgi Garic von Darmstadt 98, Martin Hinteregger von Gladbach, Florian Klein vom Absteiger VfB Stuttgart, Markus Suttner, wiederum Ingolstadt. Dann haben wir David Alaba, FC Bayern München, klar so etwas wie der Star in dieser Mannschaft. Julian Baumgartlinge, Mainz, Marco Arnautovic spielt nicht mehr in Deutschland, aber ist noch sicherlich bekannt aus seiner Zeit in der Bundesliga. Martin Harnik, auch Absteiger mit VfB Stuttgart. Stefan Ilsanke von Leipzig, RB Leipzig, dem Aufsteiger. Zlatko Junuzovic, Werder Bremen. Marcel Sabitzer, RB Leipzig, Alessandro Schöpf, Schalke 04. Hier, Rubin Okott hier, 1860 München und Lukas Hinterseer, auch Ingolstadt. Also Ingolstadt ist hier dreimal vertreten. Wir sehen also, die Österreicher setzen größtenteils auf Spieler aus der Bundesliga, insgesamt 15 der 23, also die in der, beziehungsweise 1. oder 2. Liga, das ist ja nicht alles nur aus der Bundesliga, die dort unter Vertrag sind und ihr Geld verdienen. Schauen wir mal, was Österreich zu leisten imstande ist. Vom Kader und von den Leistungen her ist es auf jeden Fall vielversprechend. Jetzt noch die Portugiesen. UEFA Rangnisten, Platz 4. EM-Teilnahmen bisher 6 Stück. Größter Erfolg sicherlich das Finale 2004 im eigenen Land, das man ja dann gegen Griechenland verloren hatte. Aber man hat auch viele weitere gute Europameisterschaften gespielt. 2012 war man ja im Halbfinale, man hat dann gegen Spanien verloren. 2000 war man im Halbfinale, 1984 war man im Halbfinale, 2008 war man im Viertelfinale, ebenso 1996. Und die Portugiesen sind eben seit 1996 immer dabei gewesen bei einer Europameisterschaft. Zur siebten Europameisterschaft hat man sich in der Gruppe I qualifiziert. Das war die kleinste Gruppe mit fünf Nationen. Es waren dabei Albanien, Dänemark, Serbien und Armenien. Es gab am Ende souveräne sieben Siege bei einer einzigen Niederlage. Diese einzige Niederlage hatte man sich zu Hause gefangen gegen Albanien, 0 zu 1. Auswärts 1 zu 0 gewonnen, gegen Dänemark gab es zwei 1 zu 0 Siege. Das war eine relativ knappe Siege, aber trotzdem hat man die Spiele gewonnen. Allerdings ein Bermutstropfen ist das Abschneiden gegen Frankreich, denn Frankreich hat ja in dieser Gruppe I mitgespielt auf Freundschaftsspielbasis, also Spiele, die nicht gewertet worden sind. Aber da hat Portugal zweimal verloren. Zu Hause 0 zu 1, auswärts 1 zu 2. Und hier muss Portugal also noch stärker werden gegen die starken Gegner, dass sie eben nicht verlieren. Aber bei so einer Europameisterschaft ist natürlich auch vieles möglich. Und wenn man so auf den Kader schaut, klar, da ist auch viel Qualität dabei. Allen voran Cristiano Ronaldo von Real Madrid, der Star der Mannschaft. Natürlich in der Nationalmannschaft ist es nicht immer so einfach wie bei Real Madrid, wo die Abläufe alle abgesprochen sind. Und so ein Cristiano Ronaldo viel leichter in Szene zu setzen ist. Aber trotzdem sollte man ihn nicht unterschätzen in der Nationalmannschaft, denn die Qualitäten, die er bei Real zeigt, die hat er auch in der Nationalmannschaft natürlich. Ansonsten ein Oldie mit dabei, Ricardo Carvalho, 37 Jahre alt, bei Monaco unter Vertrag. Dann haben wir noch Virinha, den dürfte man aus der Bundesliga natürlich kennen. André Gomez von Valencia und João Moutinho von Monaco sind möglicherweise auch noch bekanntere Spieler. Aber insgesamt eine Mannschaft, die auch Qualität bringt. Pepe übrigens auch von Real Madrid dabei. Und den Portugiesen darf man wieder alles zutrauen, je nachdem wie sie auch in dieses Turnier kommen. Das soll es zur Gruppe F gewesen sein. Wer noch auf die anderen Gruppen schauen möchte, der kann unten in die Beschreibung schauen. Dort sind die Verlinkungen zu den anderen Gruppen enthalten.